Hey liebe Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute dreht sich also um die Frage, warum du BWL studieren solltest. In diesem Video werde ich dir erklären, welche Vorteile das Studium der Betriebswirtschaftslehre für dich haben kann und werde euch dabei aus meinen ganz persönlichen Erfahrungen während meiner Studienzeit erzählen. Und wie immer findet ihr zu den einzelnen Punkten des Videos die Zeitcodes in der Videobeschreibung bzw. in den Videokommentaren und damit kommen wir auch schon zum Hauptteil des Videos. Als erstes spricht für das Studium der Betriebswirtschaftslehre, dass es eine gute Mischung aus einerseits qualitativen und andererseits quantitativen Inhalten ist. Das heißt, du musst nicht nur auswendig lernen, wie das jetzt beispielsweise im Fach der Biologie, Medizin, aber auch im Fach der Geschichte der Fall ist. Nein, auf der anderen Seite hast du auch quantitative Inhalte, wie jetzt beispielsweise Mathematik oder Physikstudium. Folglich ist das Studium diesbezüglich äußerst abwechslungsreich und was auch noch ein ganz interessanter Punkt ist, ist, dass das Studium für jedermann ohne große Schwierigkeiten bewältigbar ist, wenn man den nötigen Aufwand und Zeit investiert. Als zweites spricht für das Studienfach ein hoher Grad an Flexibilität. Das heißt, auf der einen Seite hat man eine wissenschaftliche Disziplin mit Teilbereichen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Beispielsweise gibt es die Wirtschaftsprüfung oder auch das Controlling, in denen man nichts anderes tut, als den ganzen Tag sich mit Zahlen auseinanderzusetzen. Dann gibt es aber wiederum Bereiche, wie zum Beispiel die kreative Kommunikationsabteilung, in der man ganz viel kreative Arbeit leisten kann. Weiterhin bietet das BWL-Studium viele berufliche, flexible Möglichkeiten. Das heißt, man hat die klassischen BWLer Jobs, zum Beispiel im Marketing, im Personalwesen, in der Rechnungslegung, in der Steuerlehre und zum Beispiel auch im Finance. Aber dann gibt es auch noch ganz viele Schnittstellenthematiken, in denen BWLer auch Fuß fassen können. Zum Beispiel in der Entwicklung gibt es das Product Management. Hier werden zum Beispiel BWLer eingesetzt, um die Kommunikation zwischen den Ingenieuren und den anderen BWL-Themen, wie zum Beispiel auch der Strategie, zu verbinden und somit eine flüssige, saubere Planung und Kommunikation herzustellen. Der dritte Grund, warum du ein BWL-Studium avisieren solltest, ist ganz klar, nämlich Internationalität. Und das ist für mich persönlich ein großer Faktor. Wenn du BWL studierst, dann hast du wie in keinem anderen Fach die Chance, ins Ausland zu gehen. Und jetzt lassen wir mal die Sprachwissenschaften außen vor. Das heißt, wenn du BWL studierst, dann ist meistens ein Auslandssemester im Studium selbst entweder verpflichtend integriert oder wird von deiner Hochschule sehr wahrscheinlich gefördert. Und aus meiner ganz eigenen Erfahrung kann ich dir sagen, dass der Auslandsaufenthalt für den Großteil aller Menschen, und ich spreche hier von 95% der Menschen, die im Studium im Ausland waren, wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung war. Und dementsprechend, wenn du ins Ausland möchtest, wenn du im Ausland studieren möchtest, dann ist das BWL-Studium auch auf jeden Fall ein Studienfach, das dir dabei helfen wird, ins Ausland zu kommen. Ein weiterer Grund, der für das Studium der Betriebswirtschaftslehre spricht, ist, dass ein schneller Berufseinstieg möglich ist. Das heißt, dass der Bachelorabschluss an sich ausreichend ist, um im Berufsleben Fuß fassen zu können. Viele Menschen, mich eingeschlossen, werden nach ihrem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre im Beruf einsteigen. Und das heißt, wenn du auch recht schnell nach dem Studium direkt in der Wirtschaft Fuß fassen willst, dann ist das BWL-Studium auch auf jeden Fall für dich eine gute Option. In anderen Fächern, wie jetzt zum Beispiel in der Biologie, in der Chemie, in der Pharmazie, in der Medizin, aber auch in Jura, muss man meist zwei, wenn nicht sogar dreimal so lange studieren, bis man überhaupt von der Wirtschaft in irgendwelche Positionen eingestellt wird. Ein sehr gutes Erfolgsbeispiel für einen BWLer, der direkt nach dem BWL Bachelorabschluss Karriere gemacht hat, ist Christian Klein. Christian Klein ist der aktuelle Co-CEO, also der Vorstandsvorsitzende von SAP, dem größten deutschen internationalen Konzern. Und der hat auch nur einen Bachelor in BWL abgeschlossen und ist jetzt nicht mal, ich glaube, gerade Ende 30, Anfang 40 und ist jetzt schon der Konzernlenker eines der größten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Der fünfte und letzte Grund, von dem ich euch jetzt erzählen werde, der für ein BWL-Studium spricht, sind die relativ guten Karrierechancen nach einem BWL-Studium. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass du viele vielfältige Einstiegsmöglichkeiten nach dem Studium hast und wir haben festgestellt, dass der Einstieg nach dem Studium recht schnell vonstatten gehen kann. Nun soll es aber noch darum gehen, dass der Aufwand bzw. das Verhältnis zwischen dem Aufwand und den Möglichkeiten nach dem Studium ebenfalls sehr gut sind. Das heißt, im Durchschnitt bietet dir das BWL-Studium wirklich sehr gute Karrierechancen in Relation zu dem, was du an Aufwand in das Studium stecken musst. Es gibt jetzt auch technische Studiengänge, sage ich jetzt zum Beispiel Mathematik, Informatik, aber auch Physik, die wirklich nochmal deutlich bessere Karrierechancen auch hinsichtlich des Gehaltes und dem Aufstieg im Konzern bieten. Aber dort ist der Aufwand während des Studiums nochmal um ein beträchtliches höher. Ich würde sagen, im BWL-Studium kann man wirklich ein gutes Leben leben. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Mathematik oder Physik studierst, dann hast du gerade in den ersten drei Semestern unglaublich viel mit Übungsblättern zu kämpfen. Da sind zum Beispiel drei, vier Aufgaben drauf und für jede Aufgabe brauchst du dann mal deine acht Stunden. Und zusätzlich kommen dann noch die Inhalte aus der Vorlesung dazu. Im BWL-Studium kannst du einen eher konstanten Workload haben oder alles auf das Ende des Studiums bzw. auf das Ende des Semesters hinschieben und dann hast du wirklich eine gute Zeit während des Studiums. Und nach dem Studium hingegen bieten sich dir, wie gesagt, schon ein schneller Berufseinstieg und flexible Einstiegsmöglichkeiten. Dementsprechend hat das BWL-Studium wirklich ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und dann später den Karrierechancen. Und das war es auch schon wieder vom heutigen Video. Vielen herzlichen Dank, dass du bis hierhin eingeschalten hast. Lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Lass mir gerne einen Daumen nach unten da. Unkonstruktive Kritik in die Kommentarspalte, wenn es dir nicht gefallen hat. Und erzähl mir doch gerne, hat dir dieses Video bei deiner Entscheidungsfindung weitergeholfen oder war irgendwas anderes Interessantes dabei? Lass mich das gerne wissen und drück gerne den Subscribe-Button und die Glocke, damit du mehr von meinen Inhalten mitbekommst. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.